Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, auch ohne schwäbisches Idiom, lassen Sie mich Sie doch kurz zu einem imaginären Morgenspaziergang entführen in den Berliner Südwesten. Lassen Sie mich dort beginnen. Hinter dem Botanischen Garten in Dahlem führt die breite Englerallee in Richtung Breitenbachplatz. Auf der rechten Seite öffnet sich ein kleiner Park, der nach Gustav Mahler benannt ist. Gegenüber auf der anderen Straßenseite, etwas zurückversetzt, liegt eine weiße Villa aus den 20er Jahren. Ein aus mehreren Kuben in klassischem Bauhausstil zusammengesetztes Gebäude, Flachdach mit ruhigen Linien vornehmer Großzügigkeit. Im Salon standen sich einst zwei Flügel zum vierhändigen Spiel gegenüber. Heute beherbergt das Haus die Residenz des ungarischen Botschafters. Vor dem Haus zwei Stolpersteine in doppeltem Wortsinn. Sie erinnern an Gustav und Toni Stolper, die hießen so, und das ominöse Jahr 1933, die Arisierung des Hauses und die Flucht der Stolpers nach New York. Ursprünglich aus Wien stammend, hatte Gustav die Zeitschrift der deutsche Volkswirt zum Blühen gebracht und war Reichstagsabgeordneter der liberalen DDP gewesen. Dieses konkrete Emigrationsereignis, an das heute der Stolperstein in Dahlem erinnert, hat die Lebenswege verschiedener Menschen stark beeinflusst. Der damals um die Ecke wohnende Theodor Heuss, auch regelmäßiger freier Mitarbeiter in Stolpers Redaktion, verlor die Nähe zu seinem engsten persönlichen Freund und zugleich politischen Weggefährten. Trotz intensivster, beschwörender Diskussionen auch zu emigrieren, entschied er für sich, in Deutschland zu bleiben, mit Gleichgesinnten Fühlung zu halten und die Zeit, von der niemand wusste, wie lange sie dauern würde, durchzustehen. Es wurde der regulären Arbeit beraubt, ein Rückzug auch auf die essentiellen Fragen des Lebens und Überlebens. Heute haben wir ihn als Namensgeber unserer Stiftung hier in Form einer neuen während der Corona-Zeit interessanterweise geschaffenen Bronzebüste des Bildhauers Karl-Ulrich Nuss, die wir heute hier zum ersten Mal zeigen dürfen. Aber auch ein anderer Mitarbeiter Stolpers, der wöchentlich aus Wien berichtende Korrespondent, war von dem Ereignis schwer betroffen, verlor nach dem Arisierungsverkauf der Zeitschrift sein geregeltes Einkommen und emigrierte bald darauf nach England. Später würde sich Stolper für ihn für ein Rockefeller-Stipendium verwenden und ihn 1940 nach New York holen. Sein Name, und jetzt verstehen einige von Ihnen vielleicht diesen einleitenden Exkurs, sein Name Karl Polany. Und mit diesem Bogen sind wir schon mitten im Thema. Es war der große Wirtschaftshistoriker und Soziologe Karl Polany, der mit seinem damals in New York geschriebenen Hauptwerk The Great Transformation einen zentralen Begriff in die öffentliche Debatte einführte. Transformation, das heißt nicht nur Veränderung, sondern grundsätzlichen, dauerhaften Wandel, Wandel. Vor allem aber wurde Polany's kritische Analyse der ökonomischen und in ihrer Folge gesellschaftlichen Veränderungen Großbritanniens im Zeitalter der Industrialisierung wegbereitend. Sie zeigten, wie das Paradigma eines radikalen Marktes eine Gesellschaft verändern und letztlich zerstören kann. Wie durch den zementierten Tunnelblick einer ungeregelten Ökonomie Menschen, Natur und Geld als fiktive Waren betrachtet und in der Folge auch als solche behandelt werden. Eben, das war die große Transformation der Industrialisierung. Maja Göpel ist Transformationsforscherin, Politökonomik, Nachhaltigkeitswissenschaftlerin, Gesellschaftswissenschaftlerin und Kampagnerin. Ich bin bloß Arzt. Aber da das Thema der 59. Theodor-Heuss-Preis-Verleihung ja das Coronavirus in seinem Titel trägt, kam jemand auf die Idee der Mediziner in der Runde, möge die Laudatio halten, denn das Thema über Corona hinaus, kreative Solidarität statt Ausgrenzung, geht uns alle an, genauso wie Covid. Ja, nicht nur das, die Dinge hängen zusammen. Diese unerwartet über uns hereingefallene Krankheit hat bei genauer Betrachtung viel zu tun mit der Art und Weise unseres gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens, unseren Wertvorstellungen und unserem Umgang mit der Umwelt und den natürlichen Ressourcen. Die Abhängigkeiten von weltumspannenden Lieferketten, der Kampf um Rohstoffressourcen und der auf Lohn- und Sozialunterschieden beruhende Standortwettbewerb der Staaten lag mit einem Mal in seiner Fragilität auf dem Tisch. Nie habe ich mich in meiner Klinik so hilflos gefühlt, wie zum Beginn der Pandemie, als wir noch für zehn Tage Masken an Lager hatten und sämtliche Nachlieferungen blockiert waren. Natürlich alle Politik, Wirtschaft und Handel bemühten sich nach Unterbruch und Lockdown möglichst rasch wieder zum Business as usual zurückzukehren und Masken sind zum Glück heute keine Mangelware mehr, zumindest bei uns. Aber dieses für unsere Generation erstmalige Erlebnis einer globalen Bedrohung hat verunsichert, hat bisher unreflektiertes Verhalten Vertrauen in Grundfesten unserer Lebensweise erschüttert. Welche fragwürdigen externen Abhängigkeiten und Zwängen beherrschen da im Business as usual unser Leben? Augen zu und zurück? Oder kommt nun doch nach Corona die Einsicht, wie verletzlich nicht nur unsere globalen Lieferketten sind, sondern wie unsinnig auch die Gier nach immer mehr ist und wie falsch und deletär es ist, nicht die volle ökologische und soziale Kostenwahrheit zu bemessen? Geruchssinn verloren, aber Erkenntnis gewonnen? Hoffentlich. Aber, meine Damen und Herren, seien wir ehrlich, das ist doch nichts Neues. Das wissen wir ja eigentlich schon seit Jahren. 2011 hatten wir doch Ernst-Ulrich von Weizsäcker und 1987 Klaus-Michael Mayer-Arbig und Lutz Wicke als Preisträger. Der Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit wurde 1973 mit dem Friedenspreis des Buchhandels ausgezeichnet, seine Inhalte waren schon für mich Schulstoff und im ersten Schulstudienjahr. Auch ich habe vor über 40 Jahren mit Schrecken die Grafiken und Kipppunkte der Simulationsmodelle gesehen und mir gesagt, so kann das nicht weitergehen. Sie sicherlich auch. Und genau darüber forscht Mayer-Göbel. Über die Trägheit im nachhaltigen Denken und Handeln. Über die Mechanismen, die einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft noch immer entgegenstehen und über die Mechanismen in uns, die wir die Dinge schon seit Jahrzehnten wissen, aber nichts daran ändern. Irgendwann, so schreibt sie, fragte ich mich, alle Menschen, die ich kenne, wünschen sich Liebe, Frieden, die Überwindung von Armut und eine schöne und sichere Umwelt. Warum also machen wir das nicht einfach? Was hält uns davon ab? Zitat Ende. Es waren immer schon die scheinbar einfachen Beobachtungen und Fragestellungen, die die Menschheit weitergebracht haben. Sie wissen, wäre Newton beim Mittagsschlaf nicht der berühmte Apfel auf den Kopf gefallen, würden wir vielleicht heute noch auf die Entdeckung der Schwerkraft warten. Und die Fragestellung, die Mayer-Göbel sich auferlegt hat, ist durchaus von newtonscher Dimension. Es geht um nichts weniger als die nachhaltige Veränderung des menschlichen Lebensstils in einem mit den natürlichen Ressourcen in Einklang stehenden Maß. Und das global, denn wir haben nun mal nur eine Erde. Es geht um die Bewältigung eines neuen Zeitalters, einer neuen geochronologischen Epoche, nämlich des Anthropozän, in dem der Mensch zum wichtigsten Einflussfaktor auf die biologischen, geologischen und atmosphärischen Prozesse auf der Erde geworden ist. Und wir wissen alle, die Zeit ist knapp. Dabei ist Mayer-Göbel nicht das, was man vielleicht eine Klimaaktivistin bezeichnen würde. Auch wenn man ihre biografischen Wurzeln auf einem umgestalteten Bauernhof, durch dessen Räume wohl gelegentlich ein Hauch von Kommunardengeist wehte, so deuten könnte. Aufgewachsen in einer Mehrfamiliengemeinschaft, vegetarisch, als Hippie-Kinder auf der Reformschule, regenbogenfarbiger Bauwagen im Garten, da ließen sich leicht alle möglichen Vorurteile bedienen, aber es wäre völlig falsch, sie vorschnell in eine Schublade zu stecken. Zurecht versteht sich Mayer-Göbel in erster Linie als Wissenschaftlerin, die mit den Fakten der Evidenz arbeitet, berät, Empfehlungen gibt und auf Fehlstellungen und Notwendigkeiten hinweist. Doch so sehr sie auch von Journalisten gedrängt wurde, eine Wahlempfehlung für eine Partei hat man von ihr keine bekommen. Da bricht sie lieber das dreieinhalbstündige Podcast-Interview auf Zeit Online mit dem Codewort ab. Will sie denn nichts verändern, nichts Konkretes bewegen? Doch natürlich, aber sie will sich nicht vereinnahmen lassen. Die anstehenden Probleme benötigen eben aus jedem Blickwinkel der politischen Standpunkte einen Lösungsansatz. Zitat, wie und mit welchen Maßnahmen sich eine gute, nachhaltige Gesellschaft bewahren lässt, werden Konservative sicher auch künftig anders beantworten als Linke oder Liberale, Sozialdemokraten oder Grüne. Eine Blaupause der Welt von morgen hat sie auch nicht. Zentral und wirklich, und das ist in diesem Kontext wahrscheinlich der einzige Kontext, in dem das Wort gilt, wirklich alternativlos, ist dagegen eine Politik, die die Grenzen des Planeten beobachtet. Beyond Ideology lautet ihre Twitter-Adresse. Sie denkt nicht nur out of the box, sondern über die Box selber. Ideologien sind geschlossene Lebensbilder, erklärt sie gegenüber der Taz. Die helfen uns nicht weiter in liberalen, aufklärungsorientierten Gesellschaften mit einem hohen Anspruch an Innovations- und Erneuerungsfähigkeit. Denkmuster zu hinterfragen, ist deshalb auch eine emanzipatorische Agenda. Ende des Zitats. Meier-Göpel macht Politik, aber mit klarer Distanz zum Politischen. Sie will Veränderungen vor allen Dingen ermöglichen. Transformabilität ist die Kernkompetenz im 21. Jahrhundert. Am ehesten würde ich sie vielleicht als Transformationsaktivistin bezeichnen wollen. In der konsequenten Durchdringung der notwendigen Veränderungen liegt selbstverständlich Haltung und klare Linie, auch für die eigene Lebensweise, die alles auf den Prüfstand der Nachhaltigkeit legt. Auf die Anfrage zu einer Politikagenda, die sich hier und jetzt umsetzen ließe, nannte sie an erster Stelle die Idee der Enkeltauglichkeit der Politik, etwa in Form eines Rates der Generationengerechtigkeit, mit einem Vetorecht gegenüber politischen Entscheidungen, die die nachfolgende Generation betreffen. Das ginge ja theoretisch mit den meisten Parteien. Aber Meier-Göpel setzt weniger auf Parteiprogramme und den klassischen Marsch durch die Institutionen. Sie setzt auf Vernunft, auf Bewusstseinsveränderungen der Individuen, auch der Individuen, die Institutionen tragen. Die aufsehenerregende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz im April dieses Jahres muss für eine Transformationsforscherin elektrisierend gewesen sein. Ändere die Sicht auf die Welt und es verändert sich die Welt, ist ihre Devise. Das Paradigma der an Legislaturperioden und Quartalsabschlüssen orientierten Kurzfristigkeit und Kurzsichtigkeit in Politik und Wirtschaft beginnt, ernsthaft auf die Probe gestellt zu werden. Wie wird man Politökonomin und Nachhaltigkeitsexpertin? Die Kombination eines Studiums von politischer Ökonomie mit Medien und Kommunikationswissenschaften brachte Meier-Göpel an sechs Universitäten in vier Länder. 2007 promovierte sie zum Institutionalismus, Theorien und hegemonialen Praktiken globaler Politikgestaltung zur Neubewertung der Prämissen freiheitlich-demokratischer Nationalstaatsordnungen. Da muss man sich schon den Titel erarbeiten in einer solchen Dissertation an der Universität Kassel. Dazwischen und danach schloss sich praktische Tätigkeit beim Mitaufbau des World Future Council als Direktorin des Brüsseler Büros und Kampagnenleiterin in Hamburg an. Ab 2013 nahm sie ihre Forschungstätigkeit am Wuppertal-Institut, auch als dessen Berliner Direktorin, wieder auf und war zuletzt wissenschaftliche Direktorin am The New Institute und Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung, globale Umweltveränderung. Seit 2019 ist sie Professorin an der Leuphana Universität Lüneburg. In ihren Schriften verwendet Meier-Göpel gerne das ikonografische Bild, das wir alle kennen, der im schwarzen Weltraum aufgehenden Erde, das die Astronauten von Apollo 8 aus dem Fenster der Raumkapsel machten. Es ist das wirkmächtigste Bild der Umweltfotografie, da es die offensichtliche Begrenztheit unseres Planetens unmittelbar vor Augen führt. Wir haben nur eine Erde und sie ist wunderschön. Zugleich passt es gewissermaßen auch zur Flughöhe der Transformationsforscherin. Sie betrachtet die Dinge systemisch und aus Distanz. Um unsere Welt neu zu denken, wie der Titel ihres internationalen Bestsellers lautet, in eingänglicher, flüssiger Sprache führt sie die Lesenden in die großen Zusammenhänge ein. Und das mit der Intuition zum richtigen Zeitpunkt. In einer Welt, in der öffentliche Erzählungen und lebensweltliche Erfahrungen zunehmend auseinanderklaffen, in der das Vertrauen in Grundlagen und Institutionen erodiert, macht sie eine Einladung zur Neuorientierung. Nicht esoterisch, spirituell, sondern auf der Faktenbasis wissenschaftlicher Kenntnis. Ausgehend von der Prämisse der einen Erde mit ihren begrenzten Ressourcen und realen Gefährdungen, analysiert sie die Paradigmen und Mechanismen, die die Menschheit in die heutige Situation gebracht haben. Sie analysiert und dekonstruiert dabei letztlich eine weltgeschichtliche Entfaltung, die der Historiker Eric Jones vor etwa 40 Jahren als The European Miracle bezeichnet hat. Den Aufstieg Europas seit dem Spätmittelalter und die Entwicklung seiner weltweiten wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Dominanz. Ausgangspunkt, und das macht eine Wertung ja auch gelegentlich so schwierig, war damals das Aufkommen einer Gesellschaft, der es gelungen war, das sogenannte Malthusianische Axiom zu überwinden, nämlich zu verhindern, dass regelmäßig Hungersnöte und Massensterben eine wachsende Bevölkerung dezimieren, wie in den Jahrhunderten der Menschheitsgeschichte zuvor. Wachstum war möglich geworden, allerdings auf Kosten der Extraktion. Es war dieses in seinem ursprünglichen Kern höchst humane Versprechen in wissenschaftlichen und technischen Fortschritt, das mit der Renaissance und Aufklärung das europäische Denken befördert und seine mit allen negativen Auswirkungen verbundene globale Dominanz begleitete. Waffengewalt und Kriegstechnik taten gewiss das ihre, aber nicht nur. Schon in den bürgerlichen Gesellschaften des 19. und 20. Jahrhunderts und erst recht in unseren heutigen zivilen und Zivilgesellschaft wird Herrschaft nicht nur durch Zwang erzeugt, sondern viel wichtiger noch durch den Konsens zu zustimmungsfähigen Ideen. Antonio Gramsci hat hierfür den Begriff der Hegemonie geprägt und hier setzt auch Maya Göbel an. Sie wird weder Freiheit noch Fortschritt verwerfen, weder die rückläufige Säuglings- und Müttersterblichkeit noch das Internet. Aber da das weltumspannende Konstrukt der Menschheit nun einmal Handel und damit Ökonomie ist, untersucht und seziert sie als politische Ökonomin diejenigen Inhalte der ökonomischen Theorie, deren eben hegemonialer Charakter unsere Gesellschaft immer mehr in die Falle der Selbstzerstörung getrieben haben. Viele der dort zentralen Konzepte sind noch dem Denken einer Zeit verhaftet, als die Erde bloß eine Milliarde Menschen trug und eine scheinbar endlose, unergründete Natur vorhanden war, die es zu bezwingen und auszubeuten galt. Das ist Adam Smith oder David Ricardo nicht vorzuwerfen, zumal diese durchaus auch systemisch dachten, was man später vergessen hat. Aber es entsprach dem Blick auf die Welt und prägte ihn für Generationen. Denn anerkannte Ideenwelten sind resistente geistige Trampelpfade. Man wird in sie hineingeboren. Aber mit dem Kenntnisstand des 21. Jahrhunderts ist es Zeit für eine neue Aufklärung, einen Wechsel der zentralen Paradigmen, einen Umbruch, eben eine Transformation. The Great Mindshift nennt Maya Göpel ihr Konzept für die nächste Transformation und Polanyi nickt freundlich aus dem Jenseits zu. Das Handwerk der Veränderung innerhalb eines sozioökologisch-technischen Systems aber benötigt Kompetenz, transformative Kompetenz und Bedarf des multidimensionalen Ansatzes. Verständnis für Natur und Nachhaltigkeit, Verständnis für die Dynamik und Veränderung von Institutionen und – hier winkt Gramsci – die Fähigkeit des Menschen, sich Zukünfte vorzustellen, die nicht auf versteckten, unhinterfragten hegemonialen Annahmen der bestehenden Systeme basieren. Es braucht Zukunftsdeutung. Futures Literacy wird diese Dimension genannt und das übersetzt sich garantiert nicht mit Lesefähigkeit von Terminbörse. Nein, eben nicht. Es geht um die Einbeziehung der langfristigen Terminkontrakte, die die Menschheit mit dem Planeten laufen hat und was diese unabhängig der heute dominierenden Paradigmen bedeuten können. Paradigms, People, Purpose, Process, Planet – fünfmal P – sind die fünf Ebenen zum Verständnis oder auch die Ansätze zum Hacken des Systems, um eine Veränderung, eine Transformation in Gang zu bringen. Sozialwissenschaftler wissen, zehn Prozent der Menschen in einem System bilden die kritische Masse, um neue Ideen oder Meinungen zu einer raschen Verbreitung zu verhelfen. Da ist es wieder. Das Politische mit Distanz zur Politik. Formulierte die Wissenschaftlerin die klare Erkenntnis, dass ein großer Mindshift notwendig ist, so macht sich die Transformationsaktivistin mit ihrer Einladung unserer Welt neu denken, genau daran, die Ideenwelt in den Köpfen zu hacken und gegenzusteuern. Die Transformabilität von Gesellschaften hängt schließlich nicht primär von effizient gestalteten Technologien und Institutionen ab, sondern von den richtungsweisenden Begründungen, mit denen Menschen diese Technologien und Institutionen kreieren. Purpose, die Sinnhaftigkeit, ist das zentrale und schwierigste Element zur Veränderung eines Systems. Das geht nur mit kleinen Schritten, aber die kritische Masse wächst. Auch bei der Ausbreitung von Erkenntnissen gibt es Kipppunkte, die die Entwicklung beschleunigen. Darum heißt es immer wieder, traditionelle Argumente delegitimieren, alternative Bedeutungen anbieten und das Licht auf alternative Handlungsoptionen werfen. Wir können auch anders, lautet der Titel ihres für nächstes Frühjahr angekündigten Buches und das kann ja je nach Standpunkt als Ermunterung oder als Drohung gelesen werden. Der Aufbruch in eine Welt von morgen will gestaltet, nicht verhindert werden, sie bleibt dran und sie bleibt freundlich. Alternative Handlungs- oder auch Haltungsoptionen umfassen ein weites Spektrum. Auch scheinbar kleine Dinge. Zum Beispiel zu hinterfragen, ob körperliche Sauberkeit ein bürgerliches Distinktionsmerkmal ist oder ob es nicht auch für Obdachlose gelten sollte. Waschen ist Würde, wie es die Initianten von Gruppagno sagen. Jeder Mensch hat das Recht, sich zu waschen, aber nicht jeder bekommt die Chance dazu. Das war der Antrieb für die Idee, einen mobilen Duschbus in Hamburg zu betreiben. Seit Dezember 2019, also mit Ausbruch von Corona, nahm dieser seine Tätigkeit auf. Aber das Wichtigste an GoBagno ist die Hilfe zur Selbsthilfe, sagt Dominik Bloh, der Gründer der Initiative und einer, der es wissen muss. Hat er doch selbst den Absprung aus Obdachlosigkeit geschafft und kann ermessen, was es mit dem Motto auf sich hat, waschen ist Würde. Die Hinterfragung eines Paradigmas und die Erfahrung von Selbstwirksamkeit ist bei GoBagno sowohl für die Initianten als auch die Unterstützen der zentrale Schlüssel zu kreativer Solidarität. Oder welche Paradigmen stehen hinter den Narrativen von menschlicher Wertigkeit und Entwertung durch Disziplin, Härte, Einschüchterung und Gewalt von schwarzer Pädagogik, die sich in der Gesellschaft über Generationen unter der Oberfläche erhalten hat? In Ost und West? Zeiten gesellschaftlicher Destabilisierung und Verunsicherung lassen sie in erschreckender Stärke neu zum Ausbruch kommen. Als rechte, ja rechtsextreme Geisteshaltung, als Staatsrechts- und Wissenschaftsverweigerung. Gegen sie aufzustehen braucht Mut und gegenseitige Selbstvergewisserung. Die Karawane der Vernunft, des Vereins Augen auf Zivilcourage zeigen, ist ein Beispiel dafür, wie es der Zivilgesellschaft gelingen kann, auch auf solche Strömungen in der Gesellschaft rasch, beherzt und fantasievoll zu reagieren. Die Bundesstraße 96 ist eine Straße mit Geschichte. Sie war eine zentrale Verkehrsachse der DDR und stand für die Sehnsucht nach Freiheit. Im Juni 2020 prägten stattdessen Gegner von wissenschaftlichem Diskurs, Demokratie und Rechtsstaat das Straßenbild. Die Demonstrationen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen standen zunehmend Neonazis, Reichsbürger und Verschwörungstheoretiker im Vordergrund. Rechte Proteste mit schwarz-weiß-roten Fahnen bestimmten die Szenerie. Unter dem Motto, Paradiesvögel statt Reichsadler, wehrte sich die Karawane der Vernunft mit einem Autokorso, okay, nicht ganz CO2-konform, gegen rechte Proteste, gegen Corona-Maßnahmen, um den Raum wieder für die Demokratie zurückzuerobern. Einzelne Aktionen wie diese mögen für sich selbst kurzlebig sein, doch sie setzen Zeichen. Auch mit dem Motto, stehen wir gemeinsam füreinander ein, das Wir ist und wird wichtiger als das Ich. Die Selbstvergewisserung im Handeln verdrängt Passives über sich ergehen lassen und das Erleben der Selbstwirksamkeit macht eine Gesellschaft fähig zur Veränderung. Gesellschaftliche Krisen, so Maya Göpel, sind immer auch Bildungskrisen. Wenn die, ich zitiere es noch einmal erzählerischen Begründungen, nicht mehr mit den dokumentierten Erfahrungen übereinstimmen. Deshalb kommt der Bildung, die ja immer reflexiv mit dem überkommenen Wissenskanon umgehen sollte, bei der Zukunftsgestaltung die zentrale Bedeutung zu. Mai Tinian Kim hat sich gerade in der Corona-Zeit große Verdienste um die Wissenschaftsvermittlung erworben. Mit lockerer Zunge und schnellem Schnitt transportiert sie Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung und stellt grundlegende Prinzipien wissenschaftlichen Arbeitens dar. Dabei mischt sie sich in gesellschaftliche Debatten ein und widerlegt oder plausibilisiert politische Meinungen mit den Aussagen wissenschaftlicher Studien. In einer Zeit grassierender Fake News, in der sich jeder seine Wirklichkeit, seine Wirklichkeit nach Gutdünken bastelt und die wildesten Behauptungen aufstellt, ist ein solcher Weckruf über den Wert der Rationalität von großer Bedeutung. Zumal es ihr gelingt, ein vorwiegend junges Publikum anzusprechen. Es ist das Privileg der Wissenschaft, Dinge radikal zu hinterfragen und nur so kann es gelingen, sich von bestehenden Denkmustern zu lösen und Futures Literacy zu erlangen. Allerdings, auch das muss gesagt werden, Wissenschaft ist nicht demokratisch. Und klare, scheinbar auf der Hand liegende Resultate der Wissenschaft, die Corona-Krise hat das zur Genüge gezeigt, sind in einer Demokratie nicht automatisch umgesetzt. Das gilt es auch beim hippen Wissenstransfer auf der Spirale der Aufmerksamkeitsökonomie zu beachten. Nicht im gleichen Ausmaß Glamour behaftet und breitenwirksam, aber in der Substanz noch wichtiger, sind Aktionen wie der Miteinander-Podcast der Grundschule Badmünder, der während der Zeit der Corona-Schulschließung wöchentlich produziert wurde. Ein Podcast mit verschiedenen Rubriken, wo die Schüler sagen, wie geht es dir, was machst du, und wo sie reflexiv über die Zeit berichten. Ein Podcast als kreative Antwort auf eine Ausnahmesituation, dabei gleichzeitig Schulung im Umgang mit neuen Medien und Technologieformen, selbstreflexive inhaltliche Auseinandersetzung und nicht zu unterschätzen Stärkung eines Gemeinschafts- und Zusammengehörigkeitsgefühls. Denn miteinander lernen, füreinander da sein, ist gerade in Zeiten von Corona besonders wichtig. Und, lassen Sie es noch gesagt sein, sehr geehrter Herr Schieb, gesegnet ein Land, das solche Pädagogen und Schulleiter hat. Und das Erfreuliche ist, es geht. So weisen viele einzelne kleine Schritte in die richtige Richtung. Die Dynamik des Great Mindshift gewinnt an Fahrt und legt den Boden für eine Aufklärung 2.0, eine Weltsicht, in der Wachstum und Natur nicht mehr unbegrenzt sind, eine Weltsicht, in der sich daher neue Prioritäten und Verteilungsfragen stellen. Ja, es wird nicht ohne Verzicht gehen, aber es gibt auch vieles, auf das man ohne weiteres verzichten kann. Maya Göpel legt mit ihren Schriften, vor allem aber mit ihrer Teilnahme am öffentlichen Diskurs, eine Spur, die die alten Pfadabhängigkeiten hinter sich lässt. Veränderungsprozesse lösen Unsicherheit und Ängste aus. Bei allem Ernst der Lage argumentiert sie aber stets sachlich und freundlich. Sie arbeitet nicht mit Drohungen, Horrorszenarien und komplettem Verlust. Transformation, so gewinnt man den Eindruck, hat bei ihr etwas angenehm Pragmatisches, Freundliches, ja geradezu Lustvolles. Und spätestens hier erinnern einen die 5P der transformativen Kompetenz an Cinque Pi, Panna Pepe, Pomodori, Parmigiano e Par Prezzemolo, das beste italienische Pasta-Rezept. Und man weiß, es gibt keinen Grund, sich vor der großen Transformation zu fürchten. Dass ihr dies gelingt, die Angst vor der Veränderung zu nehmen und stattdessen neugierig im wahrsten Sinne zu machen, ist ein zentraler Kern ihres Wirkens und ihrer Ausstrahlung. Und für all dies und noch viel mehr verdient sie unseren Dank und höchste Anerkennung. Vielen Dank. Applaus Applaus